Jawoll naa egal kommt er hoch da ist er ja jung ist jung stirbt stirbt das weiß knapp nein dann ist der nächste glaubst du dass der bestimmt gewartet das doch behindert naja wir sind aber auf jeden fall schon ziemlich weit reingehoben mascht wenn wir jetzt hier oben noch ein sand die haben und das nächste ist eine max es gab es ja kurz leck weil die aufnahme aufnahme gecutt wurde weil shadow play macht automatisch bei zwölf minuten oder sowas immer einen cut warum weiß der geier aber ich finde es auch da sagen brauche ich nicht sind die folgt zwar ein bisschen länger aber du brauchst nicht mehr selber hatten ja gut mit schüttchen habe ich keine chance und lebe hunde das recht nicht stirb einfach die hat immer noch luft da hole ich mir mal eine anti-airmax wird bestimmt nicht verkehrt sein doppel das ist ein ganz vieles geiz nach ich brauche meine abhörte position die soll franzose ich kann kein französisch mein freund nil warum werde ich nicht markieren die wird eh schon gejagt da ist er ist auch einer warum treffe ich die nicht ja gut boris ist auch online gekommen hallo boris ja gut jetzt ist die luft sauber packe ich meine doppel schrotze drauf und dann geht das ab da orden mit katze platz und weil bei die 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 da leg Komm, lauf mal schneller. Du brauchst mal zu lang. Haben wir für den auch B. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung, aber... Ja, ein bisschen halte ich ja was aus als Max. Ja, weg! Wat? Lava, der mich zerviert! Mein! Oh, das darf ja nicht wahr sein. Dass das auch nicht wahr sein darf. Jetzt zerviert er mich. Und ich werde angeschrieben, Mama. Ja. Holst du mich? Wichser. Wer schreibt mich an? Ah, Boris. Äh, äh... Aua. Aua. Ah, das ist die Galaxy, wo doch auch gelandet ist. Und versucht so, unseren Sandy zu töten. Wo kommen sie? Da. Halla, Gott. Ich brauche keine Heilung. Ich brauche jetzt mal ein sehr... Stab viele Positionen. Das ist mir hier... Das ist mir hier... Ich brauche noch ein Sandy. Der ist tot. Da ist auch noch einer... Feindlicher Soldat. Kämpfer. Aber ich gehe erstmal außen rum. Weil sonst töte der mich ja gleich. so spon biegen gesetze was spion verdammt da ja gut die ist okay da ist ein hammer jawohl egal bin immer noch mittendrin von dem her aber die dinge oben ist top pot schreibe noch kurz benachricht im sprach tschetser split peak auf amerisch so ich habe richtig geschrieben jawohl richtig geschrieben deswegen passt es ja wir wurden überall zurück getrennt das ist nicht gut vor allem dass die erhöhte position da wieder haben rechts links da müssen wir auch wieder was machen ich habe gesagt nicht töten das brauche ich nicht dass ich das nicht brauche wenn er mich tötet jetzt verlieren wir es wieder alles hinter uns ist einer unter uns ist einer wo ist er ach schon wir verlieren oh oh wo ist er ja okay es ist ja wir wollen natürlich unsere sandys hier weg machen was denn sonst und den sie hier ordentlich overpowered jetzt gerade und zack jetzt muss ich gucken wo ich hier hin muss jetzt sind sie verteidigt verdammt verdammte axt da ist ein toter fuck off hm wie wären wir dann 94 jahre schöner 100 200er kampf das ist jetzt nicht das problem eigentlich hier auch aber der san hier und die ganzen geschütze was hinten dran stehen töte jawoll haben in in g nicht in san die wo ich wurde grad mache ich mal zu ja ich sag das ein bisschen sniper 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 super super ja trotz beschuss habe ich noch eingetötet meine geht und bin ich gut ja oder auch nicht der sani steht ist sani steht halt ziemlich ungünstig in der posi aber oh gott ja da stehen ganz viele schwere da stehen nur schwere da drüben oh gott aber es wäre die die posi für einen sniper nein da hat jemand auf mich gewartet ich will auf den san die genau nein die stehen hinter uns deswegen ne das kannst du knicken wie wir sind da drüber kommen höchstens außer rum aber oben drüber kommst du mit dem was waren daten ich habe hier munition für dich verhalte unsere position nicht schon wieder verdammt aber da ist doch noch da bestände ja sie haben uns eh umgang von dem her komm schon nach nö das muss ich niedriger wo sie gehen egal machen wir noch ein paar kelles und dann müsste ich auch wieder beenden diese ufn ja die zeit läuft hier wenn man spiel spaß hat ist jetzt auf da unten zu beschießen das ist ja eh nicht aus der entfernung ach so ich sollte hier immer noch ein bisschen auge drauf halten ja oder auch nicht mehr das auge kann ich jetzt sehen sie mir gerade geschlossen bis das auge gerade zugemacht worden ist ne das ist dann die scheiße gehen wir hier rüber ich glaube mein platoun wurde auch aufgelöst oder oder bis irgendwo anders dahin hier wird auch ordentlich gekämpft bin ich denn hier ach so das ist die komische hässliche place wo ich hasse wie die pest ja kannst du nur unterirdischen kämpfen ja ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020